Sie hören? Schweizer Geheimnisse. Wie Banker das Geld von Steuerhinterziehern, Foltergenerellen, Diktatoren und der katholischen Kirche versteckt haben, mit Hilfe der Politik. Von Hannes Munzinger, Frederik Obermeier und Bastian Obermeier. Gelesen von Tim Gößler. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Für all die mutigen Whistleblowerinnen und Whistleblower, die diese Welt zu einer besseren machen. Prolog. Auf unseren Bildschirmen reiht sich Geheimnis an Geheimnis. Spalte an Spalte. Reihe nach Reihe, Konto für Konto. Tausende Konten. Tausende Geheimnisse. In einer schier endlosen Tabelle legen Ziffern und Buchstaben Informationen offen, die um fast jeden Preis geheim bleiben sollten. Einzelheiten zu Konten. Wer, wann, wie viel, wo. Darunter Daten zu Königinnen und Kardinälen, Premierministern und Präsidenten, Mafiabanden und Menschenhändlern. Und jeder hat, ganz demokratisch, pro Konto nur eine Zeile. Ein neues Leak. Dieses Mal bei der Schweizer Großbank Credit Suisse. Mithilfe der Informationen, die uns zugespielt wurden, können wir ihr wohl größtes Geheimnis lüften. Zum Vorschein kommt Geld, dessen Existenz viele ihrer Kunden wohl gern für immer und ewig verheimlicht hätten. Milliarden von Schweizer Franken, US-Dollar, Euro. Das Schweizer Bankgeheimnis ist der Grundpfeiler einer ganzen Branche. Es ist der Stolz einer ganzen Nation oder zumindest eines tonangebenden Teiles davon. Nichts hat die Banken des Landes in den vergangenen 100 Jahren so florieren lassen. Nichts hat ihren Ruf weltweit so zementiert wie ihr Versprechen auf absolute Geheimhaltung. Und über Generationen haben sie Wort gehalten. In der Schweiz waren Gelder sicher. Und diese Sicherheit, die lange Zeit nicht angetastet wurde, hatte viele Facetten. Für Vermögende aus westlichen Ländern war es die vor den Finanzbehörden ihres Landes, für die Eliten aus weniger demokratischen Ländern die vor ihrem eigenen Volk. Genauso lange schon wurde das Bankgeheimnis missbraucht. Nicht hin und wieder. Nicht ausnahmsweise. Nicht erst in den vergangenen Jahren, sondern systematisch und im großen Stil. Und von Anfang an. Das Geheimnis war nie nur das Geheimnis der Täter, also der Geldwäscher, der Steuerhinterzieher, der Diktatoren. Es war immer auch das Geheimnis der Mitwisser, der Helfershelfer, der Mitverdiener. Das war der Geburtsfehler. Aber nun hat ein anonymer Informant uns, dem Investigativteam der Süddeutschen Zeitung, Informationen aus dem Innersten der Credit Suisse zukommen lassen. Und wir finden in diesen Informationen derart viele Missstände, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Wir sind einem Skandal globalen Ausmaßes auf der Spur. Unser Tippgeber ist in Gefahr. Schweizer Banken haben schon mehrmals Privatdetektive auf verdächtige Mitarbeiter angesetzt. Der Schweizer Geheimdienst schickte sogar Spione los. Und die Justiz geht mit Härte gegen jeden und jede vor, der oder die Interna von Schweizer Banken verrät. Ob er oder sie damit Missstände öffentlich macht oder gar Ermittlungen lostritt, spielt dabei keine Rolle. Und ausgerechnet in der ältesten Demokratie Europas hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das es Journalisten verbieten will, über Bankenskandale zu berichten. Machen auch wir uns strafbar? Hier? Jetzt gerade, während wir tippen? Wir können das nicht glauben. Die Credit Suisse ist nicht irgendeine Schweizer Bank. Sie ist eine der größten Banken der Welt. Und eine der umstrittensten. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie wegen einer ganzen Reihe von Verstößen gegen Gesetze und Regularien mehr als 8 Milliarden Franken an Strafe gezahlt. Ihre Erklärung war oft, dass es sich um Einzelfälle handle. Das Problem ist nur, dass es inzwischen eine große Zahl solcher Einzelfälle gibt, merkte selbst die traditionell eher bankenfreundliche neue Zürcher Zeitung kritisch an. Die Credit Suisse versprach wieder und wieder Besserung. Jedes Mal sollte es vorbei sein damit, dass die Bank fragwürdigen Kunden aus aller Welt dienlich ist. Aber auf jeden Skandal folgte ein nächster. Die Inhaber der Konten, durch die wir uns scrollen, stammen aus dutzenden Ländern. Aus Deutschland, den USA, der Ukraine, Aserbaidschan, Venezuela oder Kasachstan.